Leute, wir kennen ihn doch alle. Er hat schon einen Killer in zwei Trailern gespielt, ist schon sehr oft ausgerastet, hat schon einen 24 Stunden und 48 Stunden Livestream hinter sich, er hat schon Gameplay, Reactions, Zerstörungen und noch viel mehr hochgeladen. Ich glaub ihr wisst wen ich meine. Richtig, King Kalle. Und damit, yo Leute was geht ab, King Kalle ist mit einem neuen Video am Start und herzlich willkommen zum ersten King Kalle Best of auf diesem Kanal und ich will hier nicht lang schnacken, genießt das Video und ich wünsche viel Spaß. Er hat schon einen Killer in zwei Trailern gespielt. Er hat schon einen Killer in zwei Trailern gespielt. Hat schon Weisheiten verkündet. Himmelberger. Himmel schreibt man immer mit zwei M. Merkt euch das. Digga, das Tipp von Experten. Wollt ihr heftig zocken, knallt euch einfach eure Playlist rein. Dreht voll auf Digga, automatisch habt ihr besseres, äh bessere, besseres, besser, besseres, besseres Skill? Besseres Skill? Keine Ahnung, ihr habt mehr Skill einfach. Oder er von seinem Mod einfach Sachen leakt. Kannst du mal unsere Schulbücher liegen? Ja, die liegen da am Schaden. Ich hab grad deinen Arsch gelegt. Leute, hier sind unsere Schulbücher. Hier sind unsere Schulbücher. Mund-Leak. Mund-Leak. Alles in Leak. Schwanz-Leak. Ach man! Uhr-Leak. Steckdosen-Leak. Hamster-Leak. Sch- Zweiter Uhr-Leak. Hör-Leak. Laptop-2-Leak. Hör-leak. Ist das denn der? Fernsehn-Leak. Fernsehn-Leak. Wlan-Router-Leak. Was ist das für ein Wlan-Router? Hör-leak. Röps-Leak. Oder der King einfach mal wieder ausrastet. Go in to the house and take the axe. Take the axe in the house. Was für take the axe, Digga? Bist du besoffen oder was? Weiß nicht, ob er oben oder unten... Ich hasse es, ich hasse es so sehr, Junge. Schaut euch meine Tastaktur an. Was ist das? Ich hasse es, Digga. Die Tastaktur war erst neu. Was sind die ganzen Tasten? Die Leertaste ist auch immer dieswohnt. Ja, er geht auf mich, Digga. Ne, dir stehen noch zehn andere Leute. Es war so arschklar. Es war so arschklar, Digga. Digga. Scheiße, Digga, Ding ausgekippt. Digga. Scheiße, Digga. Schüch, Digga. Digga, du Fick-Schnitzel! Hör auf zu campen, du Wichser! Steh ab, du Bastard! Jetzt schreit die Alte da draußen wieder rum! Alter, war die Frechne! Digga. Ich hab's ausgerastet! Digga, wir machten hier so Krach! Wir spielen hier am Arbeiten! Seid mal leid, die da draußen! Oder er sich einfach in manchen Spielen erschreckt. Wieso irgendwo? Oh mein Gott! Oh mein Gott! JAHHAHAHAH Ffff AHHAHHAH FUACK Ist zu mir gekommen ne Gatzt Was? Scheiß Vogel digger Genau das ist ja auch passiert Schau mal die Signale aus OOOOH Jajajajajaj diga maa Ja, Rape. Wo ist er? Was war das? Ja, das geht aber genauso. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh! 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 Er kommt hier gar nicht auf den Weg. Nein! Wo ist er? Er kommt da! Was? Scheiße, ich wollte mir noch die Kopfhörer aus dem Rohr ziehen. Nein, 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 nein! Es ist in der Werfade, ich hör nichts mehr! Scheiße! Alter, ich bin tot! Ah! 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 Oh! Oder er in einem IRL-Stream unterwegs ist. Ich hab Verbindungsfehler! Ja! Ist heiß geflogen? Nee, da oben war schlechter Empfang. Wir müssen eigentlich von mir Stativ und Powerbang noch holen. Genau! Alle jetzt liken! Und schreibt bitte noch mal rein, ob die Qualität okay ist. Ob Pascal sein Pimmel groß ist. Ja, schreibt mal rein, ob mein Pimmel groß ist. Ich hab's als Führer sein Handy geklaut! Da! Erstmal ein Monster! Einmal diesen Klon! Ich renne da auf mich zu! Nee, da fett skipp ich noch ein Monster! Bitte filmen Sie mich nicht! Das ist meine Straftat! Okay, ich komm Greg! Das ist meine Straftat! Bitte filmen Sie mich nicht! Komm, wir kämpfen jetzt! Komm! Dann schieß er vor der Kamera! Ja! Oh, so nackt! Tim! Du wärst tot gewesen, wenn ich das durchgeführt habe. Das ist nicht dein Messer! Doch, aber Kabel ist im Weg! Ah, Junge. Auf irgendeine Ader geschaut. Hier ist Koks. Oh mein Gott, Koks. Wir haben Koks gefunden. Hier noch mehr. Ich kann sogar noch ziehen. Leute, noch mehr Koks. Wir haben hier Koks gefunden. Guck mal, guck mal. Er hat sich durch die Nase gezogen. Das ist richtig nach mir. Guck mal. Da ist noch mehr Koks. Ich hab meine Lines an. Ich kann immer das. Sehnhaften zieh ich weg. Guck dir doch mal diese freshen Schuhe an. Frisch auf türkischem Basar gekauft. Jetzt. Ich hab so Angst, dass du mich umfährst, Digga. Ich hab so Angst, dass du mich umfährst. Bohe. Digga, wo kommst du denn her? Ich hab zu advers. Da ist der Super Sniper. Er ist der Super Sniper. Rot, Rot. hey rennt Das hat sich gerade fünfmal um sich selbst gedreht. Da ist ein NPC. Nehmt euch ein Beispiel an ihn. Er läuft über die Straße, während er aufs Handy guckt. So Leute, jetzt kommen noch ein paar random Clips, die ich noch so random gefunden habe. Wenn du bis hierher geguckt hast, lass doch gerne ein kostenloses Like und Abo da. Oder schreib was Nettes in die Kommentare. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem restlichen Video. Und let's go. Wir kennen jetzt einfach Jason. Wie findet ihr eigentlich das Frontenail? Kreise. Oh mein Gott, bin ich das etwa? Ja. Dann kannst du sagen King Kongle. Kann ich bei dir mit aufs Boot? Wild heißt das OP. Okay, wenn wir mich erst stellen, denke ich mal eine Kamera aus. Damit wir sehen, wie Bigfoot sich ein hobelt. Ich glaube, Bigfoot ist da. Oh, Digga. Wenn King Kongle über seine Schulzeit redet. Oh, Digga, war das anstrengend, Digga. Du bekommst Granaten, du bekommst Blendgranaten, du bekommst Betäubungsgranaten, du bekommst Stromfläder. Du bekommst einfach dumme Leute ins Gesicht. Auch King Kongle bekommt langsam Alzheimer. Scheiße, soll ich riskieren, Digga? Soll ich riskieren, meine... Äh, äh, ähm... Äh, meine... Dingsbums zu holen? Noob. Schlecht, Digga. Einfach besser bin ich. Einfach besser. Bruder! E-Sport! 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 Das ist ein Schell, Digger! Nein, oh nicht! So Leute, das war's mit dem Video. Hat es euch gefallen? Habt ihr euch wieder gelassen? An Deutschland beim nächsten Video wieder ein. Ich will nur sagen, bis dahin und tschuuu! Tschüss!